Moor Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Wir machen einen Auftrag. Part 2, 4, 8, keine Ahnung. Durch Behälter, 12 Tonnen. Mal gucken, ob wir hier durchpassen. Das kann ziemlich eng werden. So würden wir nicht durchpassen, aber so ja. Wir haben es geschafft. Na ja, Leute, wie geht es euch? Hi, Polizist. Mir geht es ja auch gut. Ich habe den Anfang leider nicht gefilmt, habe es vergessen. Wir machen ja hier Aufträge. 1, 2. Ja, wenn auch Ronny keine Ahnung hat, soll er sich hier nicht mehr hier anlegen. Sag ich jetzt mal auf gut Deutsch gesagt. Sorry, das sind meine Hunde. Ich muss gerade leise reden. Also Kater bitte lauter stellen. Oder man hört mich gut. Mein Kater kann auch nicht mehr aktiv sein. Da muss er auch schlafen. Der kann ja nicht immer Tag, aber täglich wach werden. Ist ja nicht böse, Mann, aber... Ja, wenn man nicht dahin guckt, gell? Ja gut, so kann ich auch fahren. Bei mir fällt gleich ein LKW aus, was für eines. Leute. Sorry für Motorausfälle. Ja, ich mache gerne Unfälle. Ach so, da muss ich nur den Hebel, wenn er nachher guckt, da wo ich zeige, hier zack. Drücken. Und dann drücken. Ja. Kommt ich dann auch ein paar Minuten auffahren? Hey, 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 hey. Bauch rein. Okay, doch mal nochmal. Ja, das bin ich noch mal. Ja, ich bin jetzt auffahren. Ja, ich bin jetzt auffahren. oder ich lass mal so meine stimme so leise reden hey ja bei mir ist heute mal alles ausfall das ist um man den tessler den ich beleidigt hatte das leider abgeboten na komm schon natal ich wollte gerade schon sagen du armes tuk-tuk Junge ich bin ich bin ich bin ich habe den mercedes-benz gespottet ich habe den vierten ja der ist jetzt gut durch bis jetzt alter deiner aus wie verrückt kann ich nicht sich freilassen also niemanden durch außer die nur nett sind dafür hat er einen anhänger na komm du klar noch man ja das ist nicht alles aber holen ja 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 jetzt ging es mal kommen man er hat kurz gestartet dann gehen wir noch mal auf ja ja und ja wir Schokoladen LKW, wenn ich mich hier holen gleich gleich noch überziehen kann ja noch gegen lkw gegen lkw das kann was werden nein nein ich kann mich so richtig ja Ah! ja gut leute das war die rache da denkt sich alle warum kommt er auf einen auf den Mund auf die Schnauze aber ich ja nicht gutes technologische Stand mein Mutter wollte ja nicht hab nur geguckt ob es geht das war lustig wenn es nicht gehen würde auch da mit denen mache ich mich nein haha hat noch 50 so wie war ein finger So, Na ja. Na ja. Ja, ich war jetzt verspätet. Aber na ja. 3,8 Millionen habe ich ja jetzt noch. Sofie Puzzle. Sofie Puzzle. Sofie Puzzle. Sofie Puzzle. Sofie Puzzle.